Kronos und Kairo Mit Kronos werden im Griechischen der Zeitablauf Kala bezeichnet. Er wird identifiziert mit Kronos, einem unbarmherzigen Tyrannen. Er ist der Sohn von Uranus und Gaia, den beiden Urprinzipien dieser Welt, in Klammer Purusha und Prakriti. Aus ihm gehen alle Götter hervor. Doch nachdem er sie geschaffen hatte, fürchtete er, dass sie ihn bezwingen könnten und deshalb isst er sie alle auf. Die irrationale Furcht zerstört sogar das, was einem an Kreativität entspringt. Doch Zeus entkam seinem allesverschlingenden Vater und bezwang ihn. Die Zeit verschlingt ihre Kinder. Wenn man in der Zeit lebt, dann lebt die Angst vor der Zukunft und vor seinem bevorstehenden grausamen Ende. Die ewige Vergänglichkeit, die Veränderlichkeit in jedem Moment ist das Grundgesetz dieser Welt. Zeus bezwingt die Zeit. Er versinnbildlicht die Möglichkeit und Einladung der menschlichen Lebensform. Im Griff des Tyrannen kann man seine Zeit nicht wirklich nutzen. Denn im konstanten Druck und in der Angst entsteht keine Fruchtbarkeit, keine Entfaltung. Das deutsche Wort Hetze ist entymologisch abgeleitet von Hass. Da Kronos seine Kinder verschlingt, ist das Vergehen unvermeindlich, wenn man sich als ein Produkt der Zeit versteht. Zeus erkennt seine eigene Ewigkeit. Das ist die Überwindung der Zeit. Die andere Zeitqualität ist Cairo, der erfüllende Augenblick, der Eintritt in die Ewigkeit. Bei den Römern heißt sie Ocasio, die Gelegenheit. Welchen Wert hat ein langes Leben, das verschwendet wird, wenn man aus den vielen Jahren in dieser Welt keine Verwirklichungen mitnimmt? Besser ist nur ein Augenblick bei vollem Bewusstsein. Denn er gibt den Anstoß dafür, nach dem höchsten Eigeninteresse zu forschen. Schrimad Bhagavatam 2.1.12 Die Achtsamkeit des Momentes ist der ruhende Punkt in einer kreisenden Welt, Denn darin schneidet sich Zeitloses mit der Zeit. Die Zeit, die einem die Zeit bereits genommen hat, und auch die, die sie einem noch geben will, gehört einem nicht. Sie ist geschenkt. Aber der Augenblick gehört einem. Und darin wohnt die Möglichkeit der Wandlung in Ewigkeit, der Zuwendung zu Krishna hin. Da kann die Seele wieder im zeitlosen Leben. In einem Moment, der einem alles verstehen und nichts vermissen lässt.